Als Uranprojekt wird die Gesamtheit der Arbeiten im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. Dabei sollte die 1938 entdeckte Kernspaltung technisch nutzbar gemacht werden. Hauptziel war, die Möglichkeiten zum Bau einer Kernwaffe abzuschätzen sowie einen Demonstrationskernreaktor zu bauen. Trotz einiger Erfolge gelang es den Wissenschaftlern bis Kriegsende nicht, eine selbsterhaltende nukleare Kettenreaktion in einem Reaktor herzustellen. Es gibt keine Beweise dafür, dass gegen Kriegsende kleinere Kernwaffentests unternommen wurden, wie gelegentlich behauptet wird. Im Verlauf des Krieges wurden die industriellen Produktionsanlagen von den Alliierten zerstört. Gegen Kriegsende wurden acht am Uranprojekt beteiligte Wissenschaftler von der Alsos-Mission gefasst und in England interniert. Andere, wie Manfred von Ardenne, wurden von sowjetischen Kräften festgenommen. Die Versuchsaufbauten des Uranprojekts wurden demontiert und die Materialien beschlagnahmt. Die Wissenschaftler wurden nach dem Krieg wieder freigelassen und kehrten nach jahrelanger sowjetischer Zwangsverpflichtung nach Deutschland zurück. Im Jahr 1934 hatte der italienische Physiker Enrico Fermi an der Universität von Rom chemische Elemente, unter anderem Uran, mit Neutronen bestrahlt. Dabei gewann er durch Kernreaktion künstliche radioaktive Nuklide. Die österreichische Physikerin Lise Meitner und der deutsche Chemiker Otto Hahn überprüften in den folgenden Jahren am Institut für Chemie in Berlin die Experimente von Fermi und glaubten in den folgenden Jahren einige neue Elemente, sogenannte Transurane, nachgewiesen zu haben. Aufgrund der Deutung, bei Fermis Versuchen seien neue Elemente entstanden und nachgewiesen worden, wurde ihm 1938 der Nobelpreis für Physik verliehen. Wie sich später herausstellte, waren bei den Versuchen Transurane entstanden. Bei den nachgewiesenen Beta-Strahlern handelte es sich allerdings nicht um selbige, sondern um Spaltprodukte. Lise Meitner musste im Juli 1938 Deutschland aufgrund ihrer jüdischen Abstammung verlassen. Dank Otto Hahns Hilfe konnte sie aber über Holland nach Schweden emigrieren. Hahn experimentierte mit seinem Assistenten Fritz Straßmann in Berlin weiter. Am 17. Dezember 1938 gelang ihnen erstmals der Nachweis von Barium-Isotopen, welche aufgrund ihres deutlich niedrigeren Atomgewichts aus Uran nur mittels Kernspaltung entstanden sein konnten. Die vorher vertretene These, man habe das deutlich schwerere, aber chemisch ähnliche Radium gewonnen, konnte anhand chemischer Extraktion widerlegt werden. Dieses Ergebnis war zunächst schwer zu verstehen. In einem Brief wandte sich Otto Hahn an Lise Meitner. Hahn beschrieb darin zwei Tage später seine entscheidenden Experimente und sprach erstmals von einem Zerplatzen des Urankerns als einer möglichen Erklärung, bat aber die Physikerin Meitner um eine Erklärung, die ihm als Chemiker nicht offensichtlich schien. Meitner fand die Lösung, berechnete überschlagsmäßig die frei werdende Energie auf etwa 200 Megaelektronen Volt pro gespaltenem Urankern. Dies ist auch im Verhältnis zu typischen Zerfallsenergien eine große Energiemenge. Hahn veröffentlichte seine Ergebnisse Anfang 1939 in einem Aufsatz. Ein weiterer Aufsatz Hahn, in dem er auf die Möglichkeit der Energiegewinnung mithilfe einer Kettenreaktion hinwies, folgte bald darauf. Tatsächlich waren die Uranatome in kleinere Bestandteile zerplatzt, frisch informierte den dänischen Quantenphysiker Nils Bohr. Mehrere US-amerikanische Physiker konnten Hahn's Ergebnisse unmittelbar darauf wiederholen. Verschiedene US-amerikanische Tageszeitungen berichteten daraufhin über deren Resultate. Im Januar 1939 gelang Meitner und Frisch eine erste kernphysikalische Deutung der Resultate. Auch der französische Physiker Frédéric Curie konnte Hahn's Experimente im März 1939 in Paris wiederholen. Er fand heraus, dass bei jeder Uranspaltung zwei bis drei Neutronen freigesetzt werden, wodurch die Möglichkeit einer Kettenreaktion gegeben ist. Er veröffentlichte das Ergebnis in einer Fachzeitschrift. Da die Spaltung eines Urankerns eine relativ große Energie freisetzt, war damit seit dem Frühjahr die prinzipielle Möglichkeit einer technischen Nutzung der Kernspaltung als Energiequelle oder auch als Waffe bei den Physikern der westlichen Welt bekannt. Im April 1939 trug der Physiker Wilhelm Hahnle in einem Kolloquiumsvortrag über die friedliche Nutzung der Kernspaltung in einer Uranmaschine, also einem Kernreaktor, vor. Sein Kollege Georg Joos hörte diesen Vortrag und berichtete am 22. April 1939 im Reichserziehungsministerium zusammen mit Hahnle über die technischen, aber auch die militärischen Möglichkeiten der Kernspaltung. Das Ministerium reagierte prompt. Bereits am 29. April 1939 wurde unter der Leitung des damaligen Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt eine Expertenkonferenz in Berlin einberufen. Neben Hahnle und Joos waren die Teilnehmer an der Konferenz die Physiker Walter Bothe, Robert Döpel, Hans Geiger, Wolfgang Gentner und Gerhard Hoffmann. Hahn fehlte auf dieser Sitzung. Er wurde sogar wegen der Veröffentlichung seiner entscheidenden Entdeckung in Abwesenheit gerügt. Die versammelten Physiker fassten auf dieser Konferenz die folgenden Beschlüsse. Erstens die Herstellung eines Kernreaktors, genannt Uranbrenner. Zweitens die Sicherstellung aller Uranvorräte in Deutschland. Und drittens die Zusammenführung der führenden deutschen Kernphysiker zu einer Forschungsgruppe. Diese Gruppe wurde formal Arbeitsgemeinschaft für Kernphysik genannt. Die Forschungen sollten vor allem an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin und an der Universität Göttingen vorangetrieben werden. Gleichzeitig bereitete aber auch das Oberkommando des Heeres ein entsprechendes Forschungsvorhaben vor. Der Hamburger Physikchemiker Paul Harteck und sein Assistent Wilhelm Groth hatten im April dem Reichswehrministerium geschrieben, dass die neuesten Entwicklungen aus der Kernphysik einen Sprengstoff ermöglichen könnten, der die Wirkung konventioneller Sprengstoffe um ein Vielfaches übertreffen würde. Dieser Brief landete bei Kurt Diebner, dem Fachmann des Heeres für Sprengstoffe und Kernphysik. Dieser forderte umgehend Mittel beim Heer an, um südlich von Berlins ein Versuchslabor einrichten zu können. Diebner wurde daraufhin Leiter der neu eingerichteten Kernforschungsabteilung im Heereswaffenamt. Gleichzeitig befahl die Heeresleitung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, ihre Uran-Forschungsversuche unverzüglich einzustellen. Fortan galten alle Äußerungen zu Uranreaktoren und Uranwaffen als geheim. Im September 1939, direkt nach Kriegsbeginn, wurden Deutschlands führende Kernphysiker nach Berlin in das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik zitiert. Diebner entwarf zusammen mit dem Kernphysiker Erich Bagge am 20. September ein Programm mit dem Titel Vorbereitender Arbeitsplan zur Aufnahme von Versuchen für die Nutzbarmachung der Kernspaltung. Das Ziel des Programms war die Erreichung einer kontrollierten Kettenreaktion in einem Uranbrenner. Nur wenige Physiker folgten dem Ruf nach Berlin, alle erklärten sich aber bereit, an dem Projekt mitzuarbeiten. Unter denjenigen, die nach Berlin zogen, waren Karl Friedrich von Weizsäcker und Karl Wirz. Neben ihrem Forscherdrang war ihren eigenen Aussagen zufolge die Befreiung vom Wehrdienst der Grund für den Umzug. Dem damaligen Direktor des Physikinstituts in Berlin, dem holländischen Physiker Peter Deppje, wurde nahegelegt, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen oder abzudanken. Deppje weigerte sich jedoch und kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück. Diebner wurde daraufhin für die Dauer der Abwesenheit Deppjes als kommissarischer Leiter eingesetzt. Zusätzlich wurde aber auch der Nobelpreisträger Werner Heisenberg als Berater in das Institut geholt. Einige Zeit später, am 1. Oktober 1942, wurde Heisenberg zum neuen Leiter des Instituts ernannt. Die Ergebnisse der Forschungen wurden in den kernphysikalischen Forschungsberichten veröffentlicht, einer internen Publikationsreihe, die als streng geheim klassifiziert war. Die Forschungsberichte hatten eine stark begrenzte Verteilung. Nicht einmal den Autoren selbst war es erlaubt, Kopien zu behalten. Die plötzliche Verringerung der Publikationstätigkeit in öffentlich zugänglichen Quellen blieb Fachkollegen im Ausland nicht verborgen und so lag schon 1939 der Schluss nahe, dass es in Deutschland ein entsprechend geheim gehaltenes Projekt zur Nutzbarmachung der Kernspaltung gab. In einem Bericht an das Heereswaffenamt vom 6. Dezember 1939 beschrieb Heisenberg die Möglichkeit der technischen Energiegewinnung mit Hilfe der Uranspaltung genauer. Er zeigte, dass man dabei Natururan benutzen könne, wenn man mit einer weiteren Substanz, damals Brehms-Substanz genannt, die bei der Spaltung freigesetzten schnellen Neutronen verlangsamt aber nur wenig absorbiert. Zu diesem Zweck könne entweder schweres Wasser oder besonders reiner Kohlenstoff verwendet werden. An mehreren Forschungsinstituten wurden verschiedene Stoffe als Bremssubstanz für einen möglichen Uranreaktor untersucht. In Heidelberg prüfte Walter Bothe den Stoff Graphit, während Heisenberg selbst die Werte für schweres Wasser berechnete. Bothe kam zu dem Resultat, Graphit sei wegen zu hoher Neutronenabsorption nicht gut geeignet, sondern könne nur zur Not verwendet werden. Seine Messergebnisse wurden später als falsch erkannt. Er hatte Graphit verwendet, das mit den starken Neutronenabsorbern Bohr und Cadmium verunreinigt war. Dagegen fand Heisenberg heraus, dass schweres Wasser eine noch bessere Wirkung hatte als ursprünglich angenommen. So fiel die Entscheidung zugunsten von schwerem Wasser aus. Beim drei Jahre später gestarteten Manhattan-Projekt der USA wurde wegen der einfacheren Beschaffung von Anfang an Graphit in der Reaktorentwicklung verwendet. Nach anfänglichen Misserfolgen wurde bald das Problem der Kontamination durch Neutronengifte erkannt und anschließend besonders reiner Graphit verwendet. Für den Betrieb eines Uranreaktors waren mehrere Tonnen sowohl hochreinen Urans als auch sehr reinen schweren Wassers vonnöten. Beide Materialien waren in größeren Mengen zum damaligen Zeitpunkt nur schwer zu beschaffen. Das Heereswaffenamt forderte zunächst die Auslieferung der gesamten Uranvorräte der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Dieser Forderung kam die Anstalt nur unwillig nach, nachdem das Forschungsgebiet bereits genommen worden war. Zudem wurde die Berliner Auergesellschaft beauftragt, mehrere Tonnen Uranoxid zu liefern. Das Uran stammte aus den Uranbergwerken in St. Joachimsthal, die nach der deutschen Annexion des Sudetenlandes 1938 durch die Auergesellschaft ausgebeutet wurden. Innerhalb weniger Wochen baute die Gesellschaft in Oranienburg einen Betrieb mit einer monatlichen Produktionskapazität von etwa einer Tonne Uranoxid auf. Die erste Lieferung an das Heereswaffenamt fand zu Beginn des Jahres 1940 statt. Zwar war Uran ursprünglich in Pechblende aus Johann-Georgen-Stadt entdeckt worden, doch spielte der Abbau hier nur eine geringe Rolle, da auf böhmischer Seite ergiebigere Lagerstätten zu finden waren. Ende Mai konnten im Zuge der Besetzung Belgiens ein Großteil der Uranvorräte erbeutet werden. Auch die Amerikaner nutzten Uran aus dem Kongo. Während der folgenden fünf Jahre schafften die deutschen Truppen 3500 Tonnen Uranverbindungen aus Belgien in das Kaliwerk Friedrichshall bei Leopoldshall. Aus diesen Vorräten stillte die Auergesellschaft bis Kriegsende ihren weiteren Uranbedarf. Zu Kriegsbeginn produzierte nur die norwegische Hydroelektrische Gesellschaft schweres Wasser in nennenswerten Mengen. Das Werk diente vor allem zur Produktion von Kunstdünger und lieferte schweres Wasser nur als Nebenprodukt. In den Jahren 1934 bis 1938 hatte das Werk gerade einmal 40 Kilogramm schweren Wassers hergestellt. Ende 1939 betrug die monatliche Produktion maximal 10 Kilogramm. Da der Aufbau einer eigenen Schwerwasserproduktion in Deutschland zu aufwendig schien, nahm eine Delegation der IG Farben Kontakt auf. Ziel war es, den ganzen Vorrat von 185 Kilogramm schwerem Wasser zu erwerben. Der französische Geheimdienst kam jedoch den deutschen Unterhändlern zuvor und vereinbarte mit der Firmenleitung, das ganze schwere Wasser nach Paris zu schaffen. Die Franzosen führten eigene Experimente zur Spaltung von Uran durch. Im April 1940 besetzte das deutsche Heer Norwegen. Die einzige Schwerwasserfabrik der Welt fiel unbeschädigt in deutsche Hände, aber man stellte fest, dass der gesamte Vorrat an schwerem Wasser bereits abgegeben worden war. Dies war für die Heeresleitung nicht nur enttäuschend, sondern vor allem eine Warnung, dass die Alliierten ebenfalls an der Nutzung der Kernspaltung interessiert waren. In der Folge wurde die Schwerwasserproduktion in Wehmorg auf 1500 Kilogramm pro Jahr angehoben. Die Alliierten unternahmen in Folge zusammen mit Widerstandskämpfern eine Reihe militärischer Operationen, um die Produktion zu unterbinden. Anfang 1940 arbeitete Werner Heisenberg, Kurt Diebner und Paul Harteck an einem Uranmeiler. Zu diesem Zeitpunkt waren die Uran- und Schwerwasservorräte in Deutschland noch stark begrenzt. Als Heisenberg im April 1940 das Heereswaffenamt um 500 bis 1000 Kilogramm Uranoxid bat, schrieb Diebner ihm zurück, er solle sich mit Harteck einigen, der selbst wegen 100 Kilogramm angefragt hätte. Harteck wollte in einem Versuchsreaktor Uranoxid in festes Kohlendioxid betten, das er von den Leuner-Werken der IG-Farben aus Merseburg erhalten sollte. Harteck war in Eile, denn der Kohlendioxid-Block hielt nur gut eine Woche und er bat Heisenberg, ihm das Uranoxid zu überlassen, bis er mit seinem Versuch fertig sei. Ende Mai trafen schließlich 50 Kilogramm Uranoxid in Hamburg ein, erheblich weniger als Harteck sich erhofft hatte. Zusammen mit einer Zusatzlieferung der Auer-Gesellschaft standen ihm insgesamt nur knapp 200 Kilogramm zur Verfügung. Viel zu wenig, um eine nukleare Kettenreaktion herbeizuführen. Mitte Juni 1940 fiel Paris und kurze Zeit später trafen der Leiter der Forschungsabteilung des Heereswaffenamtes und Kurt Diebner in Paris ein. Joliot Curie, der leitende Physiker, war nicht wie seine Kollegen nach London geflohen. Diebner konnte ihn zur Weiterarbeit an nicht-militärischen Projekten bewegen. Er versprach ihm, sein halbfertig gebautes Zyklotron könne dann fertiggestellt werden. Im Juli begann eine Pariser Arbeitsgruppe unter der Leitung von Wolfgang Gentner mit den Arbeiten. Parallel dazu wurde im Juli 1940 auf dem Gelände des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie ein Labor eingerichtet, in dem Deutschlands erster Uranreaktor stehen sollte. Um unerwünschte Besucher fernzuhalten, bekam der Bau den abschreckenden Decknamen Virushaus. Im Herbst war der Bau fertiggestellt und kurz darauf begannen die Berliner Forscher mit dem Bau des Kernreaktors. Es gibt eine nachträglich, vermutlich um 1950, von Heisenberg und Wirz geschriebene zusammenfassende Darstellung aller Reaktorversuche des Uranprojekts. Grundsätzlich war den deutschen Physikern klar, dass die Kernspaltung auch den Bau einer Atombombe ermöglichte. Inwiefern sie sich aber ernsthaft in die Lage versetzt sahen, eine Atombombe real zu konstruieren, ist umstritten. Eine Möglichkeit wäre es gewesen, den Anteil des spaltbaren Uran-Isotops 235U entsprechend stark zu erhöhen. Einen Vorschlag zu einer effizienten Urananreicherung hatte 1942 der Physiker Heinz Ewald vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie unterbreitet. Er schlug eine Atomumwandlungsanlage vor, eine Art Massenspektrometer, in dem ionisierte Uranatome in einem elektrischen Feld beschleunigt und anschließend in einem ringförmigen, magnetischen Feld anhand der Unterschiede der Atommassen getrennt werden. Manfred von Adenne, der in Berlin das Forschungslaboratorium für Elektronenphysik leitete, griff die Idee auf und baute einen Prototyp. Er wurde bei diesem Vorhaben von dem Leiter des Reichspostministeriums unterstützt. Diese Trennanlage ähnelt dem Zyklotron, das mit den Mitteln der Reichspost schließlich 1943 bei Miersdorf fertiggestellt wurde. Auf dem Gelände eines Luftwaffenstützpunktes wurde ein Ringbunker gefunden, der der Zyklotronhalle in Miersdorf entspricht. Ob diese Anlage eine großtechnische Ausführung des Isotopenseparators enthielt, kann nur vermutet werden. Es kam aber in Deutschland nie zur Isotopentrennung von Uran in größerem Stil wie in den USA mit dem Manhattan-Projekt. Ebenfalls aus dem Forschungsinstitut von Ardenne der Vorschlag, in einem Uranbrenner aus dem wesentlich häufigeren Uranisotop 238U das ebenfalls leicht spaltbare Plutoniumisotop 239PU zu erbrüten. Er fasste seine Theorien in einem geheimen Forschungsbericht zur Frage der Auslösung von Kernkettenreaktionen zusammen. Dieser Bericht war zwar staatlichen Stellen und einigen im Uranverein organisierten Physikern zugänglich, er wurde aber nicht weiter beachtet. Karl Friedrich von Weizsäcker berichtete an das Heereswaffenamt von der Möglichkeit 239PU könne zum Bau sehr kleiner Maschinen als Sprengstoff und zur Umwandlung anderer Elemente genutzt werden. Vom Frühjahr 1941 ist ein Patententwurf Weizsäckers bekannt. Es beinhaltet neben Ansprüchen auf Kernreaktoren ein Verfahren zur explosiven Erzeugung von Energie und Neutronen, das in solcher Menge an einen Ort gebracht wird. Dieser Entwurf hatte jedoch keinen Bestand und wurde innerhalb der Uran-Arbeitsgruppe am Kaiser-Wilhelm-Institut überarbeitet und ausgeweitet. Die erweiterte Liste der Patentansprüche zu einer, Zitat Uranmaschine vom August 1941, gibt keinen Hinweis mehr auf eine Bombe. Die Diskussion über die Vorschläge zur Entwicklung einer Uranbombe kam nur schleppend voran. Bei einigen führenden deutschen Forschern zeigten sich jetzt Skrupel, inwieweit sie sich überhaupt im Uranprojekt engagieren sollten. In der Woche vom 15. zum 21. September 1941 besuchte Werner Heisenberg auf Vorschlag und Vermittlung von Karl Friedrich von Weizsäcker seinen früheren Mentor Nils Bohr. Über Intention der Reise und Verlauf des Gesprächs gibt es unterschiedliche Aussagen. Das Gespräch verlief jedenfalls für beide Seiten unerfreulich. Ein Theaterstück von Michael Frein mit dem Titel »Kopenhagen« hat dieses Treffen zum Inhalt. Ende 1941 geriet die deutsche Kriegswirtschaft nach dem nun sehr belastenden Russland-Feldzug unter Druck. Das Uranprojekt versprach nicht, in absehbarer Zeit zu einer Anwendung zu kommen. Daher beschloss das Heereswaffenamt, das Projekt aus der Kontrolle des Heeres zu entlassen und es dem Reichsforschungsrat zu übergeben. Der Reichsforschungsrat gab das Forschungsprojekt an seine Fachsparte Physik weiter und so landete das Uranprojekt zur Jahreswende wieder bei Abraham Esau, dem es bei Kriegsbeginn entzogen worden war. Ein Jahr später wurde er sogar zum »Bevollmächtigten für Kernphysik« ernannt und er konnte von da an sämtliche physikalischen Forschergruppen kontrollieren. Die deutschen Forschungen zum Bau eines Kernreaktors waren bis dahin jedoch kaum vorangekommen. Der Engpass des Vorhabens war weiterhin der Mangel an schwerem Wasser sowie an hoch angereichertem Uran, von dem auch nur eine geringe Menge hatte gewonnen werden können. Da die bislang hergestellten Materialien nicht ausreichten und zudem die Anlagen im Ausland für Angriffe verletzbar waren, versuchte man deren Produktion auch in Deutschland anzukurbeln. Mit den Leuner-Werken wurde der Bau einer Schwerwasseranlage in Merseburg vereinbart. Im Gegenzug sollte Leuner über den aktuellen Forschungsstand zur Energiegewinnung aus Uran informiert werden. Die Degussa in Frankfurt sollte fortan das Uranmetall beschaffen. Die ersten Uranlieferungen gingen an die physikalischen Institute in Leipzig, damit dort endlich der erste Uranbrenner der Welt in Gang gesetzt werden konnte. Er wurde von Werner Heisenberg, dem Theoretiker, entworfen und zusammen mit dem Experimentalphysiker Robert Döpel realisiert. Im Sommer 1942 gelang Robert Döpel der Nachweis einer Neutronenvermehrung in einer kugelförmigen Schichtanordnung von Uranpulver und schwerem Wasser, noch vor dem Team von Enrico Fermi in Chicago. Die Demonstration der Neutronenvermehrung gelang in den USA Ende Juli 1942. Enrico Fermi, der mit seinem Kernreaktorteam die Deutschen bald überholte, hatte eine Doppelbegabung für theoretische und experimentelle Arbeiten. Schon seit dem Frühjahr 1939 hatte er an dem Problem gearbeitet. Er sprach damals mit Heisenberg bei dessen letztem USA-Besuch vor dem heraufziehenden Krieg über die Gefahren, die beiden bewusst waren. Am 4. Juni 1942 wurde Heisenberg zusammen mit den leitenden Wissenschaftlern des Uranprojekts zu einer Geheimsitzung nach Berlin berufen. Dabei wurde er aufgefordert, Albert Speer, dem neuen Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Bericht zu erstatten und ihm Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft der deutschen Uranforschung zu liefern. Auf die Frage, wie groß denn eine Uranbombe wäre, deren Wirkung genügen würde, um eine große Stadt zu zerstören, antwortete Heisenberg. So groß wie eine Ananas. Er bezog sich dabei vermutlich nur auf die eigentliche Sprengladung. Die Heeresleitung war beeindruckt, bekam aber auch Zweifel. Heisenberg betonte, dass sich eine solche Bombe nicht innerhalb weniger Monate entwickeln ließe und ihre Herstellung derzeit wirtschaftlich unmöglich sei. Der Bau eines Kernreaktors wäre dagegen von großer wirtschaftlicher und militärischer Bedeutung insbesondere für die Zeit nach dem Krieg. Das Uranprojekt wurde daraufhin zwar nicht eingestellt, aber auch nicht besonders weiter gefördert. Immerhin genehmigte Speer den Bau eines Bunkers auf dem Gelände des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Berlin, in dem der erste große deutsche Uranmeiler aufgebaut werden sollte. Drei Wochen später ereignete sich im Leipziger Forschungsreaktor ein folgenschwerer Unfall. Für die Uranmaschine waren 750 Kilogramm Uranpulver und 140 Kilogramm schweres Wasser in zwei fest miteinander verschraubte Halbkugeln aus Aluminium gefüllt und diese in einem Wassertank versenkt worden. Das Experiment schien erfolgreich zu verlaufen, denn es wurden mehr Neutronen erzeugt als verbraucht, was vorangegangene Experimente endgültig bestätigte. Monatelang hing die Kugel so im Wasserbehälter, bis aus ihr am 23. Juni 42 plötzlich Wasserstoffblasen entwichen. Die Kugel erwärmte sich in der Folge, aber nach einem erfolglosen Öffnungsversuch schnell wieder im Wasserkontainer versenkt. Die Kugel erhitzte sich weiter, bis gegen Abend das Wasser zu brodeln begann. Wenig später explodierte die Kugel und setzte den Raum mit Uran in Brand. Heisenberg und das Ehepaar Döpel kamen nicht zu Schaden, da sie nicht zugegen waren. Erste Löschversuche Döpels blieben weitgehend erfolglos. Die Feuerwehr konnte unter seiner Anleitung letztlich den Brand löschen, aber vom Spaltmaterial war nur mehr eine Menge Uranoxidschlamm übrig. Es hatte keine nukleare Kettenreaktion stattgefunden. Wasser war in die Uranschicht gesickert und es hatte sich Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff, Knallgas gebildet, das nun mit Uran verpuffte. Diese Havarie war die erste in einer langen Reihe von Störfällen in kerntechnischen Anlagen, bei denen sich aus Wasserdampf und überhitztem Metall oder Grafit wie in Tschernobyl mit Luft ebenfalls explosive Gase bildeten und entzündeten. Um beim Uranprojekt ähnliche Vorfälle auszuschließen, wurde beschlossen, bei zukünftigen Versuchen Uran nur mehr in fester Form von Gussuran zu verwenden. Heisenberg errechnete, dass etwa 10 Tonnen Gussuran und etwa 5 Tonnen schweres Wasser nötig wären, um die erste kritische Kettenreaktion möglich zu machen. Während Heisenberg in Berlin mit Uranplatten experimentierte, setzte Diebner in auf Uranwürfel. Die beiden Arbeitsgruppen kooperierten jedoch nicht, sondern arbeiteten gegeneinander. Als Diebner mit Uranwürfeln in gefrorenem Schwerwasser unerwartet gute Ergebnisse erzielte, versagte ihm Heisenberg die Anerkennung und bestand weiter auf der für Berechnungen günstigeren Verwendung von Uranplatten in flüssigem Schwerwasser. In der Zwischenzeit hatten die Alliierten Verdacht geschöpft, dass die deutschen Forscher intensiv an einer Uranbombe arbeiteten. In der Nacht vom 28. Februar 1943 gelang es, acht norwegischen Widerstandskämpfern im Rahmen der norwegischen Schwerwassersabotage in das Werk Norsk Hydro einzudringen und es mit Sprengsätzen teilweise zu zerstören. Zudem wurde eine halbe Tonne bereits produzierten schweren Wassers vernichtet. Bis zum April 1943 konnten die Schäden durch die Deutschen zwar einigermaßen behoben werden. Dennoch war dem Uranprojekt ein schwerer Schlag versetzt worden. Am 16. November wurde die Schwerwasserfabrik von Norsk Hydro endgültig durch britische Bomberverbände zerstört. Einige der nur zum Teil gefüllten Schwerwasserfässer wurden von den Deutschen gerettet, aber der Großteil sank auf den Grund des Sees. Wenig später zerstörte ein britischer Luftangriff auf Frankfurt am Main die Degusserwerke und deren Uranproduktionsanlagen. Im August 1944 wurden auch die Leunerwerke getroffen und die IG-Farben zeigte in der Folge kein weiteres Interesse an der Produktion von schwerem Wasser. Damit war zum Sommer 1944 die gesamte deutsche Uran- und Schwerwasserproduktion zum Erliegen gekommen. Insgesamt verfügten die deutschen Physiker gegen Ende des Krieges über höchstens 2,5 Tonnen schweren Wassers und es war fraglich, ob diese Menge für den Betrieb eines Uranmeilers ausreichen würde. Am 23. Oktober 1943 wurde Walter Gerlach zum Leiter der Fachsparte Physik im Reichsforschungsrat ernannt und damit Leiter des Uranprojekts. Zum Jahreswechsel übernahm Gerlach auch den Posten als Bevollmächtigter für Kernphysik von dem Physiker Esau. Esau hatte sich bei der Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und bei Albert Speer unbeliebt gemacht hatte. In der Folgezeit versagte Gerlach die ihm verfügbaren Gelder den Forschungsprojekten mit militärischen Anwendungsbereichen wie dem Uranprojekt oder den mittlerweile einsetzbaren Teilchenbeschleunigern und setzte sie stattdessen vor allem für Projekte der Grundlagenforschung ein. Andererseits verhinderte er, dass die deutschen Physiker zum Wehrdienst eingezogen wurden. Als die britische Luftwaffe im Spätherbst 1943 mit ihren Angriffen auf Berlin begann, wurden die Arbeitsgruppen des Uranprojekts in andere Teile Deutschlands verlagert. Einige Physiker, unter ihnen Heisenberg, Bote und Wirz, blieben jedoch in Berlin und bereiteten die Errichtung des großen Uranreaktors im nahezu fertiggestellten Bunker vor. Gegen Ende 1944 konnte Wirz den Uranmeiler mit 1,25 Tonnen Uran und 1,5 Tonnen schwerem Wasser bestücken. Dieser Versuch zeigte eine deutliche Vermehrung der aus einer radioaktiven Neutronenquelle zugeführten Neutronen. Wirz bereitete einen größeren Versuch vor. Nachdem die Rote Armee am 30. Januar 1945 die Oder überquert hatte und ihr Vorstoß auf Berlin absehbar war, gab Gerlach die Anweisung, Berlin zu verlassen. Das Uran und das schwere Wasser wurden zu Diebner verfrachtet und die Physiker flohen. Die USA hegten schon lange die Befürchtung, dass die Deutschen an einer Uranbombe arbeiteten und hatten 43 die militärische Alsos-Mission aufgestellt. Deren Ziel war es, den Stand des deutschen Uranprojekts zu erkunden, die Forschungen zu unterbinden und der Physiker habhaft zu werden. Im Zuge der Alsos-Mission wurde der Reaktor zerstört, alle Materialien und Forschungsberichte beschlagnahmt und zur Analyse in die USA geschafft. Die deutschen Wissenschaftler des Uranprojekts wurden verhaftet. Die Elite der deutschen Atomforschung wurde im Rahmen der Operation Epsilon in den britischen Landsitz Farm Hall gebracht. Sie verbrachten die Zeit in dem idyllisch gelegenen Backsteinbau und den umliegenden Gärten mit Faustball, Billard, Bridge und Diskussionen. Die Gespräche der Wissenschaftler wurden durch das englische Militär abgehört und aufgezeichnet. Am 6. August 1945 erhielt der diensthabende Offizier des Internierungslagers den Befehl, dass seine Gefangenen um 18 Uhr Radio hören sollten. Rittner sollte dabei die Reaktionen der Männer auf die Meldungen verfolgen. Hahn, Heisenberg und Wirz hörten an diesem Abend in Rittners Büro die Nachricht der BBC, dass amerikanische Wissenschaftler eine Atombombe hergestellt und bereits auf eine japanische Stadt abgeworfen hatten. Die Reaktionen der drei Deutschen waren unterschiedlich. Wirz äußerte, er sei froh, dass sie selbst die Bombe nicht hatten. Heisenberg hielt die Meldung für einen Bluff und bezweifelte zunächst, dass ein kernphysikalischer Effekt im Spiel sei. Otto Hahn war stark erschüttert und fühlte sich für den Tod hunderttausender Japaner mitverantwortlich. Die 21 Uhr Nachrichten brachten die Gewissheit, dass eine Atombombe aus Uran mit einer Sprengkraft von 20.000 Tonnen TNT-Äquivalent über Hiroshima explodiert war. In der nachfolgenden Diskussion sagte von Weizsäcker, dass es schrecklich sei, dass die Amerikaner es getan hätten, und er halte die Aktion für Wahnsinn. Heisenberg entgegnete, dies sei aber wohl der schnellste Weg, den Krieg zu beenden. Hahn sah sich wohl in all seinen Befürchtungen bestätigt, die ihn seit seiner Entdeckung im Dezember 1938 gequält hatten. Er war letztendlich nur froh, dass die Deutschen es nicht geschafft hatten. Am 18. November 1945 erfuhr Hahn, dass ihm für seine Entdeckung der Nobelpreis für Chemie zuerkannt worden war. Anfang 1946 wurden die zehn Wissenschaftler des Uranprojekts schließlich freigelassen und kehrten nach Deutschland zurück. Ebenso wie in die USA wurden nach dem Zweiten Weltkrieg auch etwa 300 deutsche Nuklearspezialisten mit ihren Familien in die Sowjetunion verbracht. Anlagen des deutschen Uranprojektes wurden demontiert und in die UdSSR transportiert. Der Beitrag der deutschen Wissenschaftler bei der Entwicklung von Nukleartechnologie für das sowjetische Atombombenprojekt beschränkte sich im Wesentlichen auf die Uranproduktion sowie die Isotop-Enttrennung. Sie wirkten aber auch beim ersten sowjetischen Atombombentest mit. Nein, aber auch beim ersten precisely. Untertitelung des ZDF, 2020